Hallo und herzlich willkommen zurück meine Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play die Sims 4 vom Tellerwäscher zum Millionär mit unserer Andrea. Wir haben in der letzten Folge ihr dieses kleine Häuschen gebaut und ja, heute steht erst mal wieder an, dass ihr arbeiten gehen muss. Und zwar ist das ja auch wichtig, ne? Ich habe inzwischen mal so ein paar Sachen aus ihrem Inventar verkauft, deswegen ist der Kontostand auch schon mal wieder ein bisschen besser. Und ja, da wollte ich doch mal sagen, wir müssen in die Bibliothek reisen. Ich denke mal, dass das ausreichen dürfte, um da ihre Tagesaufgabe zu erfüllen. Und wir müssen dann auch nochmal in die Universität, oder besser gesagt in die Universitätsbibliothek, um dort noch ein bisschen das Debattieren aufzubessern, sozusagen, ne? Weil wir doch da auf Level 4 kommen sollten. Aber erstmal müssen wir den langen Weg in die Bibliothek zurücklegen, ja. So, okay, also. Andrea, meine Gutste. Du setzt dich jetzt mal hier an den Rechner und reichst mal den Verfahrensantrag ein. Und hier haben wir doch schon gleich jemanden, mit dem wir uns unterhalten können, wenn er nicht gerade abhaut. Okay, die ist schon wieder angespannt, weswegen denn? Ja. Mach's halblang. Und vielleicht, ja, ich wollte eigentlich auch ihr Bestreben mal erfüllen. Und zwar Schmuck verschenken oder mit einem handgemachten Ring erfolgreich Heiratsantrag machen. Also einen Heiratsantrag machen wir noch keinen. Aber Schmuck verschenken, da würde doch nichts dagegen sprechen, ne? Sehr, sehr konzentriert ist sie hier. Dabei rennen die alle wieder weg. Ja, so ist das dann. Hätte man wahrscheinlich zuerst die Leute begrüßen sollen. Aber vielleicht kommt ja noch jemand. Jawohl, jetzt ist er wieder da. Hier, komm, freundlich vorstellen. Tag verschönern, kannst du mal machen. Und der Smalltalk kennenlernen. Und dann können wir ja schon mal diesen Auftrag Rechtswesen, Karriere, potenziellen Kunden treffen machen, ne? Dass wir das abgeschlossen haben. 135? Woher habe ich denn das Geld? Naja, mir ist es recht. Jeder Simoleon, der uns weiterhilft, ne? So. So. Meine Liebe. Verabschiede dich mal. Wenn das geht. Okay. Ja, geht schon, wenn selbst. Dann gehen wir auch. Und zwar reisen wir jetzt nach Brichester. Und zwar hier hin. Und dann können wir ja nachgetaner Arbeit, wenn wir alles geschafft haben, uns wieder mal mit dem Willi verabreden, ne? Der ist bestimmt schon sauer, weil wir den jetzt die letzten Male abgewiesen haben. So, Andrea. Wir gucken mal, ob du hier für Debatte vorbereiten. Mach mal. Vielleicht hilft das ja schon. Ja, offensichtlich. Das scheint sie da doch weiterzubringen. Da müssen wir das so lange machen, bis es klappt. Bis wir auf Level 4 sind. So, noch einmal. Bitteschön. Du schaffst das schon. Ich habe Vertrauen in dich, Andrea. Du schaffst das. Komm schon. So, noch einmal bitte. Was gibt es denn sonst? Aktuellen Fall recherchieren. Kannst du vielleicht auch noch machen. Vielleicht hilft das auch. Möglichst, ja. Warum nicht? Ach, Müde. Das ist doch schlimm. Komm schon. Wir brauchen Level 4, um die nächste Beförderung zu bekommen. Ich will vielleicht mit euch doch das Häusel noch ein bisschen erweitern heute. Wir haben ja noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich hoffe, dass die Öko-Tante nicht gleich rumkommt. Und dann wieder Ansprüche stellt, ne? Das hatten wir alles schon. Komm, komm, du musst noch ein bisschen weiter arbeiten, Andrea. Du bist noch nicht auf Level 4. Ja, ich weiß, das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Aber wir haben es gleich geschafft. Komm, noch ein bisschen, bis du auf Level 4 bist. Dann hör ich auf. Jetzt. Okay, dann darfst du aufhören. Dann darfst du zur Toilette gehen hier. Sehr gut. Wir haben also die Anforderungen erfüllt. Das ist doch mal nicht schlecht. Oh, Spaß fehlt. Haben wir denn was im Inventar, was dir denn Spaß ein bisschen hochbringt? Ne, haben wir nicht. Aber da gucken wir gleich mal, wie wir das jetzt am besten machen können. Gibt es denn irgendwo ein Restaurant oder so, wo wir hingehen könnten? Unser Herd scheint nämlich nichts zu taugen. An dem kann ich nicht kochen. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Bibliothek, okay. Ja, komm, wir gucken mal, ob wir irgendwo hier ein Restaurant finden. Was ist denn das hier? Pfefferspub. Gibt es hier noch was anderes? Nein. Nein, ich wollte reisen. Mein Gott, wieder die falsche Taste gedrückt. So. Wo gäbe es denn... Sansekoia? Ne, wo war denn... Moment. Tantosa, Sansekoia... Was haben wir denn hier noch? Tomarang? Sanmaischuno, gehen wir. Entschuldigung. So, was gibt es denn hier? Im Park. Ach ne, hier gibt es ja auch nichts zu essen. Küsten, Bienen, Karogebar. Na ja, okay, wir gehen mal da hin. Wir reisen und wir nehmen unseren Willi mit. Da gibt es zwar auch nichts zu essen, aber vielleicht, äh, ja, haben wir wenigstens ein bisschen Spaß. Na, sehr schön, wir sind angekommen. So, ist das der Willi hier? Ja, Willi. Tag verschönern und schmeicheln kannst du mal. Du kannst ihn umarmen und Bewunderung auslegen. Geht nicht? Hatten wir doch gerade erst. Na gut. Nicht schlimm. Smalltalk. Kennenlernen. So, und dann wollte ich eigentlich mit dir hier mal ein bisschen singen. Duett singen. Country. Mit, ja, mit dem Willi. Kommt, das macht Spaß. Ach bitte, nehmt mir jetzt ja nicht die Karogebar weg da. Oder das, äh, äh. Doch, machen sie. Ah. Gibt es hier bloß zwei solche Gerätschaften? Das ist ja, ne, drei, aber die sind alle belegt. Hm. So, aber jetzt bitte. Oh je, oh je, das klingt schräg. Und der Hummer ist, oh, und müde sind wir auch noch. Oh mein Gott, ja, ja, okay, ich verstehe. Bei Level 1 können wir natürlich noch nicht so gut singen, ne? Ja, ich weiß. Duett singen Country mit Willi bitte nochmal, wenn es geht. Der Spaß muss noch ein bisschen hoch. Oh Gott. Naja, wir haben alle mal angefangen, ne? Es kann nur besser werden mit dem Gesang. Na gut, wir gehen dann nach Hause. Und wir müssen essen, wir müssen schlafen. Der Spaß ist ja ein bisschen hoch. Okay. So, ein bisschen schneller hier. Gut, dann gehen wir nach Hause. Ja, runde, müde. Runde, müde, wie sie ist. Ja. Wir müssen was essen und schlafen, auf jeden Fall erst mal. Und dann wollte ich mit euch noch ein bisschen an dem Haus basteln, ne? So, du darfst dir hier erst mal was zu essen nehmen. Bitte, Schinken-Käse-Sandwich. Und dann hatten wir doch noch diese Kopfhörer, oder? Ja, die haben wir. Und dann kannst du ein bisschen wegjahrt hören. So. Na, ich habe heute einen Froschenmalz. So, komm, iss, Mädel. Du hast doch Hunger. Ich bin gerade am überlegen, wie wir ihr das Haus noch ein bisschen hübscher machen könnten. Es ist ja jetzt bloß so ein bisschen was, dass ein ordentliches Dach über dem Kopf hat, ne? Es ist ja noch nicht mal richtig ordentlich hier und so eingerichtet. So, na, dann räumen wir deinen Teller ab, ja? So, ist das richtig? Dann kannst du ja mal noch ganz schnell unter die Dusche springen. Und dann gehst du schlafen. Irgendwie steht das Bett mitten in der Wand, oder? Habe ich das in die Wand gesteckt hier? Ja. Ja, dafür könnte ich auch nicht schlafen. Oh, mein Gott. Aber sie kriegt auch ein besseres Bett. Also das machen wir noch. Wir versuchen das Haus mal ein klein wenig größer zu machen. Aber vielleicht warten wir auch, ob sie eine Beförderung kriegt. Wann zittert denn das Bild jetzt so hier? Was ist denn jetzt passiert? Jawohl, das ist doch sehr gut. Da kannst du dann zur Arbeit gehen. Sie ist befördert worden. Zu aufstrebende Anwältin. Andrea wurde befördert und ist jetzt aufstrebende Anwältin. Sie verdient jetzt 22 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 52 Simoleon pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 450 Simoleons, Interaktion, Rechtsvertretung anbieten. Neue Kleider. Sehr schön. Na, das ist doch mal was. Da können wir ihr auf jeden Fall... Da können wir ihr auf jeden Fall das Haus ein bisschen erweitern. Der Wassereinsparungstag hat nun in Übereinstimmung mit dem Aktionsplan das Wassereinsparung begonnen. Die nächsten zwölf Stunden wird das gesamte Wasser abgestellt. Na, super. Ist doch klasse. Bin ich wieder begeistert. Hey, Andrea. Ich finde Kevin Richards echt süß. Soll ich ihn um ein Date bitten? Mach, was dein Herz dir sagt. Okay. Wassereinsparung. Halt, wir wollten uns beim Boss einschmeicheln. So. Ja, wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen umbauen. Vielleicht ist dann die Öko-Tante ein bisschen befriedigt. Ja, das kann ja nicht wahr sein. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen auf unser Geld gucken. Wir müssen ja auch noch Miete bezahlen. Also zu viel kann ich jetzt auch nicht machen. So, Mädel. Erntefest. Okay. Gerichtshammer der Korruption. Andrea hat Beobachtungen gemacht, durch die ein ehemaliger Kollege in einem Korruptionsskandal verwickelt werden könnte. Dieser Kollege begleitet mittlerweile ein anerkanntes Richteramt, das ihm die Macht verleiht, das Leben eines jeden, der vor ihm steht, zum Besseren oder Schlechteren zu wenden. Soll Andrea die Beweise veröffentlichen, die der Karriere des Kollegen mit Sicherheit schaden werden, oder soll sie sie ignorieren, was sie gesehen hat? Oh Gott. Korruption ist natürlich nicht gut. Also machen wir mal. Andrea ist jetzt ein Ein-Stern-Promi. Okay. Das ist doch auch nicht verkehrt. Meinung sagen. Der ehemalige Kollege von Andrea wird bloßgestellt und aus dem Richteramt entlassen. Die sensationellen Anschuldigungen von Andrea erhalten in den Medien jede Menge Aufmerksamkeit. Die anderen Kollegen distanzieren sich daraufhin von Andrea und selbst ihr Chef vertraut ihr keine kritischen oder komplexen Fälle mehr an. Nach einer negativen Leistungsbewertung wird Andrea degradiert. Autsch, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut, aber ja, es ist schlecht. So, wir wollten ihr doch ein besseres Haus gönnen. Ich mach mal, nee, abends wollte ich nie. Morgens, so, wir machen mal das. Dann die Wände nach oben. Und jetzt gucken wir mal. Na ja, es ist natürlich schlecht, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Aber für Korruption habe ich nichts übrig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sollte eigentlich auch niemand haben, weil das ist absolut schlecht. So, ich bin am überlegen, wie machen wir es denn jetzt? Wir hauen erst mal den ollen Kühlschrank raus und den alten Herd, der bringt uns hier nichts. Dann kriegt ihr euer vernünftiges Bett. Und eine bessere Dusche. Ich hoffe, dass wir dann auch die Öko-Tante ein bisschen zufriedenstellen können. So, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe keinen Plan, aber irgendwie werde ich hier schon was machen. Und zwar ziehe ich hier mal zwei, drei Kästchen. Dann, was habe ich jetzt hier gemacht? Ein, zwei, drei, vier, fünf. Okay, können wir so machen. Oder noch eine mehr. So. Und dann. Dann brauche ich natürlich die Tür. Die setzen wir hier her. Und ein paar Fenster wird man noch brauchen. Den Fußboden nehmen wir wieder. Und die Lampe. Und erst mal diesen ganz normalen. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit dem Dach? Das Dach ist jetzt interessant. Wie machen wir denn das? Hm. Das ist gar nicht so einfach. Warum ist das? Ich nehme es mal so. Schöner bauen können wir dann später noch, würde ich sagen, oder? Nee, wir machen das anders. Dann nehmen wir das Dach hier. So. Ist auch nicht viel besser, oder? Ist auch nicht viel besser, aber ja. Mein Gott, was soll's. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. So. Okay. Und jetzt. Ist vielleicht doch ein bisschen zu groß, oder? Wir könnten es nur mal ein klein bisschen kleiner machen. Wir machen es mal noch ein kleines bisschen kleiner. Wir müssen ja nicht gleich hier übertreiben, ne? So. Okay. Und ja, sie hat wie gesagt kein Bett. Und, äh, das mit der Kamera ist auch so blöd. Ich komme mir irgendwie nicht klar. Oh Gott, merkt man auch, ne? Naja. So. Dann wollte ich eigentlich, ja, wie gesagt, ein Fenster rein haben. Was nehmen wir denn hier für Fenster? Und wo packen wir eher das Bett hin? Wir könnten hier hinten erst mal Fenster. Also, was habe ich denn hier für eins genommen? Was ist denn das? So, eins. Naja. Okay. Dann packen wir das mal hierher. Vielleicht auch zwei. So. Okay. Sollte erst mal reichen. Ja, und dann kriegt sie halt ein besseres Bett. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier machen können. Ein besseres Bett. Ja, wir gucken mal. Tja, viel können wir uns natürlich nie leisten, ne? Luxuseinzelbett, 620. Ich müsste mal gucken, Packs. Wir gucken mal nach Packs. Ach, das ist Highschool, ja. Okay, was ich hier genommen habe. Was kostet denn das? 500, das ist sogar billiger hier. 1000, nee. Das, das, nee. Das Doppelbett ist billiger. Dann nehmen wir das. Aber da haben wir einen Platz, nicht, oder? Ich das da in die Ecke kniet, ist ja, bitte. Hm. Muss ich also doch die Wand wieder ein bisschen größer machen? Moment, wir stellen das mal hierher. Muss ich doch die Wand nach draußen ziehen. Nützt nichts, sonst kommen wir ja gar nicht. Sonst kommen wir ja gar nicht. Ich muss nach oben das Dach wieder ziehen. So. Sonst kommen wir ja nicht zurecht hier. So, wir packen das mal daher. Die Farbe sieht ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus, ne? Was gibt es denn sonst noch hier für Farben? Das Blau, das hier, sieht auch nicht doof aus, ne? Das ist jetzt die Frage, was gefällt mir jetzt am besten, ne? Das hier. Wir nehmen mal das. So, und dann soll sie, weil man sich ja beschwert hat, hier. Gerätschaften, wir müssen mal in die Küche gucken. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Was könnten wir denn für einen Kühlschrank nehmen, der nicht allzu teuer ist, aber trotzdem von der Öko-Tusik so ein bisschen die Anforderungen erfüllt. Stromverbrauch 2, was gibt es denn hier, was ist denn das, Stromverbrauch, Bewertung 10, oh, Hane, das können wir uns nie leisten. 3.000, da sind wir gleich wieder pleite, das geht auch nie. 1.400, was kostet denn der? 800. Oh, der hat auch bloß 2, ne? Hm. Der hat ja wenigstens noch 4. Wir probieren es mal mit dem. Und ein Herd. Stromverbrauch 2. Die haben alle 2, oder? Wenn ich das so richtig sehe, hier. Der hat 4. 4. 4. Also in allen, so ein oldes Ding will ich ja eigentlich nicht haben, die anderen sind zu teuer. Puh, das ist gar nicht so einfach. 1.000, was kostet der? 840. Ja, dann nehmen wir jetzt den, oder? Nee, können wir gar nicht. Warum? Warum kann ich denn den nicht nehmen? Muss ich den? Ach so, Moment, da muss ja wahrscheinlich noch eine Theke her, oder? Ich hatte die hier genommen. Da muss man mal gucken, ob das so... Oh Gott, jetzt gebe ich schon unser ganzes Geld hier aus. Ja, da muss hier reingepackt werden. Aha. Oh Gott, nee, also das geht nicht. Definitiv, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ach Gott, ist das teuer, das Zeug. Ja, lässt sich nicht ändern, nehmen wir den jetzt, so. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Dusche. Die habe ich ja auch rausgeschmissen. So, wir brauchen eine Dusche, die... Wasserverbrauch 1, was haben wir denn? Das ist ja extremst teuer, aber die haben ja alle so viel, so, solche Werte. Hm. Postmoderne Duschkabine. Einhornraumdusche. Ja, mein Gott, ich kann es nicht ändern, ne? Und im Bad haben wir überhaupt kein Licht, wie ich hier gerade sehe. So, da hauen wir die Dusche da rein. Okay. So, wir sind wieder fast pleite. Ja, sehen wir. Was gibt es denn wenigstens noch für ein Sofa oder so? Da können wir eigentlich das hier mal ein bisschen umdrehen. Und... Ja. Wir packen das jetzt hierher. Vielleicht können wir mal eine andere Farbe nehmen. Ja, wir nehmen mal das Dunklere, ne? Ja, okay. Naja. Jetzt heißt es wieder arbeiten. Andrea, jetzt heißt es wieder arbeiten. Dann darfst du hier mal... Oh, nee. Du darfst hier mal malen. Und zwar... Hier. Vielleicht bringt das ein bisschen Spaß. Ach so, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Moment, stopp. Ich wollte doch Aktivitäten und Fähigkeiten. Nee, ich wollte jetzt... Wo gibt es denn diesen... Moment. Hier, gucken wir mal. Pags. Wenn ich jetzt wüsste... Wie es gleich heißt. Das mit dem Kristall-Dingsbums suche ich jetzt hier gerade. Ich kann wieder nichts... Ach hier. Äh, ja genau. Das wollte ich haben. So. Dann packen wir das Ding mal hier hin. So. Kannst du hier... Was kostet da auch wieder Geld? Schmuck entwerfen. Kein Kristall ausgewählt. Kristall wählen. Orangen Topaz. Edelsteinschleifen. Warum? Was? Benötigt Level 5. Ähm, irgendwie... Nee, Quatsch. Hier wollte ich noch hin. Zufälligen Schmuck entwerfen. 300. Beschämt. Warum? Wegen Arbeit. Oh, naja. Dann ist das so. Malst du immer dasselbe? Oder wie sehe ich das hier? Weitermachen bitte. Du bist ja noch gar nicht fertig. Jetzt sind wir wirklich gleich wieder pleite. Das ist schlecht. So, 300 haben wir jetzt ausgegeben. Was machst du da? Was machst du hier? Oh. Was machst du hier? Aua, aua, ja. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ja. Ja, Reona. Au. Mädel, pass doch auf. Was machst du denn dort? Oh Gott. Macht das Spaß, ja? Offensichtlich, oder? Oh. Tja, da warten wir mal noch bis sie fertig ist. Was willst du denn jetzt? Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber... Nun ja. Also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Puh, jetzt ist es raus. Würdest du mal mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Na klar, lass uns zusammen ausgehen. Wow, wirklich? Das ist großartig. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich mich getraut habe, dich zu fragen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast, dann gehen wir aus. Na klar, das können wir machen. So, wie lange dauert denn das jetzt hier noch mit deinem Schmuck? Ich denke, ich soll dir das sagen. Klippen. Oh Gott, dann gehen wir jetzt noch auf die Klippen, obwohl wir schon wieder halb vor Hunger sterben. Aber ja. Ach, Junge. Was gibt es denn? Verabredung. Was sollen wir denn machen? Gibt es hier irgendwas? Nö. Ja, jetzt rennt er auch noch weg. Was soll denn das? Gibt es hier irgendwie was zu feiern oder was ist hier? Willi, wo rennst denn du hin? Ach, willst du schwimmen gehen oder was? Na, dann los. Ja, die stirbt wieder ein Heldentod vor Hunger hier. Warum kann sie das nicht? Pass mal auf. Das machen wir ganz kurz und bündig. Was? Was? Leck mich doch kreuzweise, Junge. Was soll das? Mann. Du rufst mich mitten in der Nacht an. Ich bin halb am Verhungern. Und dann bist du sauer auf mich? Das kann es ja wohl nicht sein. Komm hierher. Wo kommen wir denn da hin? Na, ich mache heute wieder eine Überlänge oder was? Am Video. Okay, es tut mir leid, Jungs und Mädels. Falls das hier etwas länger geht, wir müssen jetzt erstmal wieder mit uns bei Willi entschuldigen. Komm schon. Nicht sauer sein, Willi. Es ist nicht alles immer Gold, was glänzt, ne? Mach mal hier so. Knuddeln. Von mir aus. So, wir müssen es einschleimen. Freunde. Flirten. Wir flirten mal bis hier. Komm schon. Kompliment. Hat ja immer dasselbe an. Über Träume reden. Und geschickte Entschuldigungen machen wir mal, ne? So, und da wir... Rechtsvertretung anbieten mal. Wie oft muss ich denn das jetzt wieder machen? Wie oft muss ich denn das jetzt wieder machen? Gestehen, sich angezogen zu fühlen? Ja. Könnten wir jetzt eigentlich was kochen oder geht das nicht? Kochen? Nö, immer noch bloß dasselbe. Warum? Was ist denn das für ein komischer Herd? Wieso kann ich denn hier nicht kochen? Immer dasselbe. Blöd. Das ist echt doof. Muss ich ja sagen. Also wenn ihr wisst, wie das hier funktioniert, oder ob ich hier irgendwas falsch gemacht habe, dann lasst es mich mal bitte wissen. Das wäre nicht schlecht. Ja, über Nachbarn können wir auch mal dratschen. So. Nö, das brauchen wir nicht machen. So, er geht. Na dann. Und tschüss. So, schmeicheln. Smarttalk. Kennenlernen. So, ich will nämlich langsam mal jetzt zum Ende kommen, weil Andrea ist müde. Und dann würde ich sagen, schick ihn nach Hause. Dann musst du dir eben hier schon wieder eine schnelle Mahlzeit nehmen. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert, aber ja. So. Kein Licht im Bad. Es ist schlecht, was wir hier machen. Vielleicht gönne ich immer schnell eine Lampe. Wartet mal. Wir können ja mal hier. Was kostet denn das Ding? 50, na ja, geht schon. Können wir die kleinere Variante hier nehmen, ne? Das wenigstens ein bisschen Licht da ist so. Gut. Ne? Muss man nicht ganz im Dunkeln stehen. So, Mädel. Komm, mach hinne her. Du musst duschen und dann zur Toilette gehen und ja. Und dann schlafen. Und dann, ihr Lieben, soll es das wieder gewesen sein, ne? Ich helfe ihr jetzt mal noch hier beim Aufräumen. So. Du hättest mal den billigen Herd belassen können, wenn wir hier gar nichts kochen können. Finde ich auch doof, ehrlich gesagt. Komm, mach hin. Gut. So. Während Andrea schläft, ihr Lieben, würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder von euch. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier ein bisschen den Außenbereich mal schön. Soweit das geht. Und ja, dann danke ich euch erstmal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen, für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit da seid. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.